Altersrente oder Witwen- oder Witwerrente vererben. Geht das? Ist das möglich? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe da in einem Online-Magazin eine ganz interessante Fragestellung gelesen. Kann ich meine Witwenrente, wenn ich mal später versterbe, an meine Kinder übertragen? Geht das? Ist das möglich? Ich will ja, dass meine Kinder versorgt sind. Meine Kinder sind schon über 25, die haben schon einen Job und stehen gut im Leben, aber dennoch möchte ich, dass die meine Rente bekommen, meine Witwenrente oder auch meine Altersrente. Ist denn sowas überhaupt möglich? Meine Damen und Herren, hier einfach mal meine Ausarbeitung dazu. Keine ganz große Sache, aber letzten Endes doch ganz eindeutig. Sie können bestehende Rentenansprüche auf eine laufende Rente, eine Altersrente und eine Witwen- oder Hinterbliebenenrente, Erwerbsminderungsrente, können Sie nach Ihrem Tode nicht mit einem Testament vererben. Das ist rechtlich nicht möglich, meine Damen und Herren. Warum ist das so? Zeige ich Ihnen auch. Ganz einfach. Wir haben hier den Paragrafen 102 SGB 6. Und der Paragraf 102 SGB 6 sagt, Befristung und Tod. Und da haben wir den Absatz 5 und den gucken wir uns mal genauer an. Ich hoffe, ich kriege das mal noch ein bisschen größer. Hier den ganzen Klatteradatsch. Genau so ist es. Hier haben wir den Absatz 5. Hier steht, Renten werden bis zum Ende des Kalendermonats geleistet, indem die Berechtigten gestorben sind. Damit ist klar, dass Altersrenten, Witwenrenten, Erwerbsminderungsrenten grundsätzlich immer wegen dem Tod des Berechtigten befristet sind. Also wenn Sie jetzt sterben und Sie haben eine Altersrente, dann ist finito. Dann gibt es die Rente nicht mehr. Natürlich ist es ganz klar, Ihre Rente könnte dann in Form einer hinterbliebenen Rente weiterleben. Aber das hat nichts mit der Frage zu tun, ob ich die Rente als solche vererben kann. Jetzt gehen wir mal noch in eine andere Norm rein, die ganz klar sagt, was Sie eigentlich vererben können. Wenn überhaupt. § 58 Sozialgesetzbuch Nummer 1 sagt, soweit fällige Geldansprüche auf, oder fällige Ansprüche auf Geldleistungen nicht nach den § 56 und 57 einem Sonderrechtsnachfolger zustehen, werden sie nach den Vorschriften des bürgerlichen Gesetzbuches vererbt. Der Fiskus als gesetzlicher Erbe kann die Ansprüche nicht gelten machen. So meine Damen und Herren, was sagt uns dieser § 58? § 58 sagt uns nur, dass fällige Geldleistungen, also fällige Rentenleistungen, aber auch nur dann vererbt werden können, mittels Testament zum Beispiel, wenn es keinen Sonderrechtsnachfolger gibt. Und was damit gemeint ist, das sage ich Ihnen mal in einem anderen Video mit einem entsprechenden Beispiel, was damit gemeint ist. Das heißt also, wenn es, also es heißt im Umkehrschluss, wenn es einen Sonderrechtsnachfolger nach § 56 und 57 Sozialgesetzbuch Nummer 1 gibt, können Sie ein Testament machen, wie Sie wollen, dann bekommt der Sonderrechtsnachfolger das Geld. Aber § 58 sagt auch ganz klar, es geht immer nur um fällige Ansprüche auf Geldleistung. Es geht nicht um das Stammrecht aus einer Altersrente. Das würde ja bedeuten, dass ich meine Altersrente sozusagen an meine Töchter vererben kann. Und das sagt aber § 58 eben nicht. Das kann ich nicht tun. Deshalb, meine Damen und Herren, Renten können Sie im Grundsatz nicht vererben. Was Sie aber unter bestimmten Voraussetzungen vererben können, sind fällige Geldleistungen aus zum Beispiel bestehenden Rentenleistungen. Dazu mache ich mal noch ein anderes Video mit einem anderen Beispiel, dann wird Ihnen das auch klar, was damit gemeint ist. Näheres zum Thema Vererben einer Rente finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen wie immer eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Ja, ich wünsche Ihnen eine Rechte auf irgendwelche Antworten! Vielen Dank.